Brief an dem Vermieter, defekter Wasserhahn, B1 Brief schreiben. Sehr geehrte Damen und Herren! Ich wende mich heute an Sie, weil ich eine dringende Bitte habe. Seit gestern tropft der Wasserhahn in meinem Badezimmer und schließt nicht mehr dicht. Ich habe versucht, sie telefonisch zu erreichen, aber leider ohne Erfolg. Ich habe auch versucht, das Problem selbst zu lösen, aber es hat nicht geklappt. Da der Hausmeister derzeit im Urlaub ist, wende ich mich nun an Sie. Ich möchte auch sagen, dass wenn ich bis heute Abend keine Antwort bekomme, werde ich einen Klempner anrufen, um das Problem zu beheben. Ich hoffe, Sie können die Kosten übernehmen. Hier ist ein Video von dem Leck am Wasserhahn, damit Sie sehen können, was gemacht werden muss. Über eine prompte Antwort würde ich mich sehr freuen. Sie können mich anrufen oder Sie können direkt mit dem Klempner kommen. Ich werde zu Hause sein. Mit freundlichen Grüßen. Yep, doch sehr. Okay, ich bin dr 90 und weiß ab, ich bin bis hier 15 Minuten. 喝 184 Uhr. Was nehmen ja über your pipeline für den Hausern. Alles klar,esin顺iert. Und ich glaube, es macht sicher. Bei mir im Ling-1. Bei mir. Alles klar. Ich bin ja nicht. X5 Voy imagine. Ich bin ja.